Ich werde bald relativ voll werden, schätze ich an. Hier vorne sind die besten Plätze. Mein Baruch-Waschpark, alles gut. Meine Kuh ist auch frisch gewaschen. So, hallo zusammen. Tag, schön, dass ihr da seid. So, dann wird's gleich voll hier oben. Meine Güte, du lieber Gott. So, Servus. Schön, dass ihr da seid. Ah, Menschenskinder. So, drei Tage, fast längst Wahnsinn hier am Stachus. Und schon noch ein bisschen länger sogar. Bis 18 Uhr morgen und ab 12 Uhr für euer Terminkalender, wenn ihr euch schon mal was eintragen wollt. Morgen, hier wird es halt um 12 Uhr und am Dienstag auch. So, dann wird's schon gefühlt. Hallo. Ah ja. So, geht's euch gut da unten. Wir haben jetzt ein paar Stunden Zeit, dass die Stimmung ein bisschen kommt. Und, naja, wir machen uns ja langsam warm hier für den Faschling zusammen. Guck mal an die Hände. Ah ja. Ihr seht schon die ersten Tanzen auch schon. Das ist nämlich mit sehr, äh, mit großem Wohlwoll zu können. Das ist ja. Wir haben heute natürlich auch noch ein paar Schlauze für euch vorbereitet. Und jetzt gleich dann, in wenigen Minuten sozusagen, um 14 Uhr, hier oben die erste Faschlingsgesellschaft. Und zwar, ja, man muss sagen, Traditschlinik. Die kommen ja seit 148 Jahren hier immer als erstes zu unserem Faschlingsendsport auf die Bühne. Meine Lieben, der Pöckinger Faschlingsklub. Ich guck schon, wo sie sind. Die stehen wahrscheinlich schon in den Startlöchern. Und zuerst die Faschlingsgesellschaft. Ja, die nächsten Tage. Da kommen noch ganz viele. Da können wir noch wahnsinnig viel gucken. Es passiert ja so viele auf der Bühne. Und ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, Freunde, ihr könnt euch mal ein bisschen angucken, dann auch, was so in einer Tanzstuhle so passiert. Speziell jetzt bei uns in der Tanzstuhle, aber kein Steuer. Wir machen alles von Kindertanzen über Hip-Hop, über Breakdance, über Parktanzen. Also Tanzen mit anfassen, Tanzen ohne anfassen. Alles, was ihr so euch vorstellen könnt, machen in die Bühne für euch. Bis hin zur Uhr sind wir da. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen auch ein bisschen mitberichten. Wir machen immer unser Schaubeilett hier oben. Die machen immer so eine Frage, wir gehen vor. Wenn ihr mal sagt, okay, was können wir denn so machen. Einfach mal hier gucken. So, und die Picks. Der erste Song ist schon geschafft. Schaubeilett könnt ihr noch, das geht, oder? Ihr müsst jetzt noch durchhalten. 15 Stunden Faschling vor uns. So, jetzt schauen wir mal. Erste Beilett, ihr seid immer die Vorbilder. Das heißt, ihr müsst immer gucken. Jemand soll speziell ein bisschen mitbewegen da vorne. So, ja, wir können noch ein bisschen laufen, das ist doch gut. Ich sehe schon. Habt ihr schon mal einen Tanzkurs gemacht, eigentlich? Habt ihr schon mal? Und wie war's? Ja? Wo ist denn der Kerl? Wo ist denn der Mann? Hast du denn dabei? Nee, der hat sich zu Augen gelassen. Ja, besser ist es. Ich sehe schon mal einen Tanzkurs. So, wo war's? So, wo war's? Ich sehe schon getippt. So. Erstes Ratsch. Ich sehe schon, ihr habt es mal, das ist halt Puls. So. Könnt ihr eigentlich sehen? Ah ja. Das wäre gut mit uns hier, ich merke schon, na? So, ansonsten, ihr seid da hinten, wir haben heute und ich seh euch und ich drehe euch hier hinein, wenn ihr euch ein bisschen da vorne kommt zu uns. So, guck mal, hier ist wieder da. Und der Pinguin. Ach, Schneemann. Ach, Schneemann. Ein Schleiflauf. Ja, ja, ja. Das nicht, das ist ein Pinguin. Mein Gott, ich fand die Tasche über mein Hauch. Aber ihr seht die Eier, genau. Schneeflauf. Ohne Schnee. Und der Winter ist ja schwarz schon vorbei, aber wir müssen uns hier ein bisschen Schnee. So, die Ideale sind auch da, servus. Mit Bienen. Sie sind auch nicht ausgestorben. Da vorne ist auch eine Biene, guck mal. Die Schienenrichtung ist heute schon höher als auf manchen Wiesen. Sie sind auch ein bisschen Schnee. 那 sonst haben wir hier einen Ball, ja. So. Auf derpremium bist du? Aber bist du denn, quienes sind Schwarz, sind Schwarz! Sie sind Schwarz! Die Schwarz sind doch die beiden, wir sind so schwer. Nive sind wir im Hylchens. Yes, der G Savard ist. Ja, 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 ja! Ja, ja! Die Garten, die mir schon mal besser. Diebilder sind so ein bisschen Schwarz hier. Die Hitler sind so ein bisschen Schwarz hier. Die Hitler sind wirklich ein bisschen Schwarz. Sie sind mal genasch. Die Judenheim wurden. Die Hylchensche Schwarz sind. Vunden Helfer, jetzt wollen sie. Müll! Müll! Tug mein Stoff, ich leg's schon auf den Müll! Müll! So, der Müll! Doch, glaub ich nicht, was ich will! Ja! Ich will, will! So, das Teile gut aus! Wir haben uns geht's euch gut! Wuhuu! Läuft! Jaaa! Sag mal, die Hände, ja, ihr könnt schon mal ein bisschen die Hände mal warm machen, guck mal, die Hände! Einfach immer machen, dass sie stehen wollen, die Hände noch aufmachen, ja! Ach, das war, kommt rein! Wir haben fast diesen Endspurt! An den Status! Wir machen hier die längste Feierweite! Die ganze Straßen und da bist du noch nicht plötzlich! Hölle! 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 Das hat noch Potenzial! Das hat noch Potenzial! Wir probieren gleich noch mal! Leber! Das hängt nach. Das wär's nicht, wie meine Gefühle! Ruhe! Ruhe, Ruhe! Ruhe! Wir haben uns mal, das ist toll! Die längste Haftel! Wir haben uns noch mit den, was ich will! Ja! Ehh! So. Ja! Jetzt komm mal, kuckeln! Ja! Ich muss mal los sagen! Schala! Schala! Wie heißt ihr denn? Ja, Schala! Julia und Susanne, stimmt. Wo seid ihr her? Aus München direkt. Ah ja. Wo sind die Münchner? Machen wir mal die Hände hoch. Wo sind die Münchner? Ah ja. So, da sind schon einige. Wo kommt ihr her? Arabella Park. Also wie gesagt, ihr könnt auch gern ein bisschen näher kommen. Ich bin da heute hier. Es war ganz viel Platz. Nicht hinfallen willst. Ja genau, schau mal. Der Indianer kommt da bei der Bär. Mit der Biene. Wie heißt denn die Biene? Chiara. Da ist die Woman, ne? Das ist schön, dass die Woman so lebt. Ja, geil. So. Mich ist das schön. Das Wetter ist ja auch ganz okay. Ich denke, könnte schlimmer sein. Ich könnte ja auch regeln, ne? Also hier unten passt schon nochmal alles. Das sehe ich schon. Ihr könnt schon immer noch ganz da dran kommen. Ja, ja. Achso, da ist... Du brauchst Platz. Ja, dann lieber mal Platz. Das ist okay. Okay. So. Jetzt. Auf geht's! You're certainly the best. You're certainly the best. Sag aus! Hey! Hey! So, ich lerne mir auch gleich mal leicht ein bisschen tanzen hier oben, wenn ihr wollt einfach mitmachen, wenn ich's kann, könnt ihr's auch. So, nur leider. Der geht's, ne? Wir machen hier ein betreutes Knie, ich muss gar nichts selber machen, ihr könnt einfach abgucken, einfach mitmachen, was unser TBL-Sauber-Lett hier so verankt, ja, ja, genau, hier die ersten. Du hast es voll raus, super. Ja, das ist doch gut. Wenn er mal sagt, ja, ich möchte sowas auch in geschlossenen Läumen werden lernen, dann einfach mal auf www.tanz.de auf Klicken, da kommt doch raus bei uns bei der Tanzschule überhaupt kein Steuern, wir sind ja auch gar nicht weit weg, ja, wir sind schon 100 Meter, du musst dir direkt hinter uns, wenn er mal sagt, ja, ich schau mal vorbei, könnte das jeder sein, natürlich. Hallo zusammen. Wir sind heute schon noch da, wir freuen uns, wie gesagt, die Begierdesung blitzen, ruhig nach vorn kommen, vor die Lippen. Die Peter Lillies' 19, der beste Sound hier in München zum Verstecken 2020. So viel Bewegung hier, gleich ganz am Anfang, ja. Nach vier Minuten hier schon die Biene und die Sprechmann-Extase und alle anderen daneben dahinter auch. So, wie gesagt, wenn ihr klar weiß, ist einfach mal hier die Fußgänger voll entlanglaufen. Es gibt ganz viel Programm am Arimplatz. Es ist ja auch noch mal Bühne. Wir laufen hier am Stachus. Wobei, eigentlich würde ich hier sein. Wir sind hier am Füßen. Ja, seid einfach hier. Wir zickern, dann ist uns nett beieinander. Ein bisschen gucken könnt ihr auch gleich, wie gesagt, in ungefähr knapp 15 Minuten. 15 Minuten Traditionell dann hier auf der Bühne der Pörpiner Faschingsclub. Die eröffnet jetzt die Bühne als erste Faschingsgesellschaft. Hier oben. Sind wir mal gespannt, was sie sich hier vorbereitet haben. Jetzt kommt ein bisschen auf der Bühne der Pörpiner Faschingsbett. Ja, das ist schon ein bisschen. Die Pörpiner Faschingsbett. Jetzt kommt ein bisschen. Das ist auch ein bisschen. Der Pörpiner Faschingsbett. Ich will mal einen kurzen Stimmungstest machen hier unten, ihr Lieben. Geht's euch gut? Ich hör gar nix. Habt ihr was gehört? Geht's euch gut, ihr Lieben? Ich hab nur leise was gehört. Eins, zwei, drei. Ihr habt's gehört. So, die Pika-Digis hat's im Bett. Die Pika-Digis hat's im Bett. Die Pika-Digis hat's mit, auf geht's! Ich hab auch schon anscheinend. Sehr gut! Wer knatschen kann, kann auch tanzen! Sehr schön! In Chikeria. Jeder hat's gut und super, schlaf und sammeln, Schand und Salafah. In der Chikeria. Schicks! Schicks, 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 schicks. Ihr schlaft uns tanzen. So, ich soll mal die Lisa, die Meri Grüße zu uns haben, guck mal hier oben, mit meiner Lisa. Ihr habt einen eigenen Fake-Kluss schon mitgebracht, das ist doch was. So, jetzt machen wir die Lisa, die Lisa. Kommt ruhig näher, ihr Lieben. Na ja. Hier folgt ganz viel Kraft, guck mal, nur noch mal unten. Na ja. So. Oh, da hinten ist ein Obstkorb. Ich seh den Obstkorb jetzt. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. So viel los mit dem Wetter. Na ja. So. Ah, jeder hat nur in der Insel schlafen, auch im Stupf gewohnt, dass dann das Gründchen erschêm gar nicht. Schick, 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 schick. Meine Eltern hier oben auf dem Brünen ist so voll, da kommt's ja gar nicht. Da kommt's ja gar nicht vorbei. Jetzt ist nun die Hände über den Kopf los. So, wo sind die Hände? Wir legen die Hände nach oben, alle weiter. Bis nach hinten über dem Kopf zusammen dratschen. Jawohl, der ist aber nicht los. Auf. Und im Lutmus auch noch stopp. Klatsch, klatsch, klatsch. Sehr gut, Stakus. Ah ja. Ich bin begeistert für diese Uhrzeit. Starke Leistung. Macht euch schon ein bisschen lang. Es muss die nächsten drei Tage funktionieren mit dem Klatschen. Das ist klar. Am Dienstag übrigens. Dienstag kommt noch Micky Krause. Habt ihr gelesen? The Kings of transcend. Schick, 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 schick. Schick, 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 schick. Schick, 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 schick. Und das beste ist das ganz, das hat gar nicht gezeichnet, oder? Jetzt ist es richtig, manche Lüge. Ist das Lüge? Toll! Ihr Lieben, die Picardini Sunsetband und das Schau-Ballett der Tanzstuhl Wolfgang Steuers. So, hier geben wir noch ein bisschen Gas. In 10 Minuten der Pörkiner Faschistclub hier auf der Bühne. Unsere erste Show bis dahin. Ich glaube, wir singen noch ein bisschen gemeinsam und wir bewegen uns ein bisschen gemeinsam. Statt uns! Oh, den Song kenn ich. Hab ich schon mal gehört? Du auch? Wow. Und wir waren bald unter dem Ei. Da saßen Männer mit blauen Augen und mit schwarzen Haar. Und da ist der Schub, was der Klamm-Musik ist, wenn uns niedlich war. Was? Da unten wird schon getanzt und gar nicht anpassen. Es ist in der Weiße. So, und ich sehe schon den Pörkiner Faschistclub hier einmal schön. So, drei jetzt! Und da unten wird man nicht schmerzen. So, drei jetzt! Los geht's! Ich ich hab' nichts! Ich so wie das Blut der Erleumt schenke ein. Ich soll die dass Blut in der Erleumt schenke ein. Richtig schmerz doch auch ein bisschen ans Wissen nicht so gut. Ich weiß nicht so. So, drei, vier, Krieg ist der Weiße. Das ist toll. Das ist toll. So, drei, vier! Du musst bestreien. So, drei, vier, Krieg ist der Weiße. Und wir haben verdreht dir, Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist für alle Bienen jetzt. Das ist euer Song, Kinder. Die Kostümdichte wird auch schon höher. Ja, oben liegt es nicht. Ich bin nur ein Kuh. Das passt unten. Auf gehts! Auf gehts! Maja fliegt in ihre Welt. Zeig doch das, was ihr gefällt. Wir treffen uns für alle Bienen. Maja, kleine, kleine, schlaue Lieben. Maja, Maja, alle lieben Maja. Maja, 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 Maja. Maja, erzähle uns von dir. Wie ist die Stimmung, Stachus? Alles gut für euch? Wir feiern gemeinsam. Bei euch ist alles gut? Wie ist die Stimmung? Los! Ich bin nur noch stark an und nach. Bis ihr würdet die Motoren. Wie ein Fleisch schießt die Uhr bei. Und es wird in meinen Ohren. Auf gehts! Und der Nachte hat so ein Tweet. Wie ein Steierschapier. Über mir, Leute. Das ist der Song zum Wetter. Aber das Leben nicht, das ist das Wichtigste. Und es wird so schön warm, ihr Lieben. Auf gehts! Wie war die Wolke. Sing it! Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ämste, alle Sorgen, sagt man. Die Ananas sind aufgeräten. Die Ananas sind aufgeräten. Und da hinten ist der Rumpfkorb. Da hinten ist der Rumpfkorb. Da kannst du mal Angst mit dem Leiden. Römer! Hör mal! Die Pips hier kommt ja ein und nach dem anderen raus. Es ist ja der Mahze. Brutal! Steu guck, kommt ruhig ein bisschen eher, wenn ihr wollt. Guck mal, hier vorn ist auch viel, viel Platz. Dann drehen auch gleich besser, wenn die Töckchen auf die Lübe kommen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.